Informieren, buchen und mehr. Das interaktive TV-System Auritus von Beate Schlink, RKW-Kompetenzzentrum Eschborn. Mit der Markteinführung des interaktiven Informationssystems Auritus, kurz ITV, verfügen Hotels, Kur- und Reha-Einrichtungen oder regionale touristische Informationspunkte über eine innovative Dienstleistung, mit deren Hilfe sich die Gäste barrierefrei Informationen über den Aufenthaltsort beschaffen und die dort angebotenen Dienstleistungen buchen können. Mit dem Begriff barrierefrei ist aber nicht nur gemeint, dass vor dem TV genügend Platz für einen Rollstuhl ist. Vielmehr geht es in erster Linie darum, dass ein Hotelgast oder Klinikpatient mit Sehbehinderung sich die Schrift am Bildschirm nach seinen Bedürfnissen groß genug oder kontrastreicher einstellen oder die Sprachausgabe einschalten kann. Dann werden nicht nur die beschreibenden Texte vorgelesen, sondern bei jedem Druck auf die Taste der Fernbedienung auch der nächste Menüpunkt. Nutzungs- und Einsatzmöglichkeiten Den individuellen Nutzungsmöglichkeiten des Systems sind kaum Grenzen gesetzt. Von der Planung einer Wandertour über die Auswahl eines Restaurants in der Umgebung bis hin zur Buchung eines Massagetermins im Hotel ist alles möglich. Dazu werden gemeinsam mit dem späteren Kunden, zum Beispiel dem Hotelier, vor der Installation des Systems in einer Art Pflichtenheft nicht nur die hausinternen Bedingungen fixiert, sondern auch möglichst viele Aspekte der Vernetzung mit regionalen Destinationen bzw. Dienstleistern analysiert und festgelegt. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von Informationspunkten, etwa in Front-Office-Bereichen der Hotels oder Kliniken, bis hin zur komplexen Vernetzung aller Zimmer-TV in Hotels, Kliniken bzw. Reha- und Pflegeeinrichtungen. Schon vom privaten Heim-TV aus kann sich der potenzielle Gast über das Internet mit dem Auretus-System vernetzen und es entsprechend nutzen. Technische Möglichkeiten Das System lässt sich prinzipiell in jedes TV-Gerät bzw. jeden PC integrieren und mit der vorhandenen Fernbedienung bedienen. Bei Bedarf geben sowohl das ITV als auch die Fernbedienung ein akustisches Signal von sich, damit auch Blinde sie finden können. Textformate, Kontrast und Farbe lassen sich individuell einstellen. Jeder Bildinhalt bzw. jeder ausgewählte Menüpunkt kann in bis zu 31 Sprachen vorgelesen werden. Über eine interaktive Bibliothek können vielfältige Informationen abgerufen werden. Darüber hinaus kann ein direktes Benachrichtigungssystem integriert werden, mit dem Nachrichten für die Gäste direkt an den Zimmer-TV gesendet werden können. Es ist möglich, Interfaces für Breilezeile, Hörgeräte, Laptops etc. an das System anzuschließen und Internetdienste einzubeziehen. E-Health-Anwendungen helfen beim Lesen, Verstehen und Ausfüllen von Dokumenten und bei der Kommunikation mit einem Service-Point. Das System unterstützt optional auch die Kontaktaufnahme zum Pflegedienst. Bisherige Erfahrungen. Dem Gast wird wesentlich mehr Komfort für die Nutzung der Angebote an seinem Aufenthaltsort geboten. Die selbstbestimmte Lebensweise von Hotel- und Kurhotelgästen wird gefördert, da sie ohne Hilfe mit dem interaktiven TV-Informations- und Reservierungssystem umgehen können. Für die Hoteliers bedeutet dieses besondere Angebot nicht nur einen Vorsprung bei der Gästebindung. Schon das erste in einer Region installierte System ist als Beitrag zu einem zukunftsfähigen Destinationsmanagement zu betrachten. Unter anderem werden folgende Effekte erzielt. Aktuelle Informationen rund um die Uhr, ohne Steigerung der Personalkosten. Umsatzsteigerungen durch Zielgruppenangebote, Events, Rundfahrten, Wanderungen, Wellness etc. Einsparungen bei Druckkosten von bis zu 80% und bei Personalkosten bis zu 40%. Weitere Entwicklungspläne. Anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes im Jahr 2012 ist geplant, mit dem Auritus eine komplette Steuerung von Heimtechnik wie Video, DVD und anderer elektronischer Geräte zu ermöglichen. Darüber hinaus geht es auch darum, dass für Gehörlose die Sprachausgabe des Auritus in Gebärdensprache erfolgt. Strategische Kooperationen. An der Systementwicklung waren drei Unternehmen beteiligt. Die CW Soft GmbH Berlin zeichnete für das Konzept verantwortlich. Die Entwicklung der Basistechnologie übernahm die P-Labor Elektronik GmbH Ostenfeld Kiel. Das Unternehmen FluSoft GbH in Dresden schließlich war zuständig für Sprachtechnologie und Interfaces. Zur Gewährleistung echter Teilhabe und nach den Prinzipien des Designs für alle wurden die künftigen Nutzer schon in der Konzeptionsphase eingebunden. Ein Kuratorium für interaktive zweikanalige Kommunikation, zusammengesetzt aus Menschen mit und ohne Behinderungen, aus Unternehmen, Hoteliers, Krankenpfleger und wissenschaftlichen Einrichtungen brachte seine Expertise in die Zielstellung ein und begleitet die Entwicklung auch weiterhin.